So haben wir das TTT vielleicht doch gar nicht so schlecht. Dann muss wenigstens TTT haben, weil er immer tot ist. Wow. Wow. Da kommt das Geld. Ja, Digga. Wieso COT, Katie? Ich dachte, ich hätte die P90 noch ausgerüstet, aber aus Versehen. Und damit herzlichen Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Call of Duty Warzone. Ich räume hier gerade bei mir alles ab, aber egal. Und mit dabei sind wieder Sven und Yannick von All In. Servus. Hallöche. Tag. Ah, hallo. Und wir spielen mit den ganzen... Ah, nee, da wolle ich hin. Oh. Huh. Easy, erster Kill. Nice. Einmal meine Sachen geben, dankeschön, und stopp. Also, ich hab ja viele Freude meinen... Ich bin tot. ...dass heißt, ich muss noch vier Kills nehmen, um die Sachen zu backen. Soll, du mach das irgendwie. Ah, so scheiße, ey. Gulag. Einer hat sich erschreckt und den hab ich dann im Nahe Kopf weggepfeffert. Haha. Ich wusste, dass ein Gegner kommt, der hat mich trotzdem erschrocken. Guter Start in die Runde. Was? Sagst du mal, fahr um Land und du bist da hinten in Lamba. Ja, tut mir leid. So wird man sein im Teamkollegen. Okay, da gehen viele hin. Ich glaub, vergesst mein Aufnahmeprogramm zu starten. Ich hab mich ein bisschen rausgebrochen. Okay. Der gibt mich jetzt wohl. Hier ist er. Ja, war gut ausgewornt. So, bin keine totalen Teuchung. Okay, der holt mich doch nicht. Der hat sich zurückgezogen. Bist du cool? Ja, der kommt zu dir. Bist du cool? Boah, ist das hier der Leggy hier. Na, etwas. Ich muss gar nicht erstmal die Einstellung überprüfen, ey. Der Köder läuft. Ich geh schon bei Drasron anzahlen. Meinst du? Zu der Anzahlung kann man auch bestimmt tätigen, oder? Ne. Wenn man Kredit aufnehmen könnte, wäre cool. Oh, da kommt ein ganzes Team zu dir. D, oder? Ja. D, oder? Erstmal ins Eck gesetzt. Ah! Als ob! Ja! 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 Es ist Rewind Time! Ich bin getroffen! Als ob! Ja! 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 Du Arschmach! Komm! Wir machen die Schere! Komm, wir machen die Schere! Komm, Schere! Komm! Nein! Zitat, Nahkampf! Du hast aber ein schönes Ding gehabt, ey! Ach nee! Leul, meine Chance! Das war so geil! So, Yannick stirbt jetzt, weil er hier versucht, den Nahkampf. Oh, doch nicht. Easy! Schönes Ding, Yannick. Mach dir keinen Stress, du kannst es doch reißen. Platz 1, ne? Wenn du das so würdest, würde ich nur sagen, wie du meine gute Runde hattest. Weißt du, alle meine Runden sind gute Runden, weil ich sie mit euch und meinen Freunden verbringe. Yay! Hm, toll. Es geht nicht ums Gewinn, es geht ums Spielspaß. Ich mach bei mir ums Spiel die Einstellung. Drück zur markierten Position vor und sichere den Bereich. Hier, da muss ich hin, das ist ja easy. Wow, er fliegt fast mit dem Auto. Ja? Hier bin ich doch bestimmt sicher. Auf jeden Fall, grad wenn du noch gejagt wirst. Aber hier ist ja nichts mehr, ey. Aufklärungsdaten gesichert, gut gemacht. Was? Da ist doch der Helikopter. Der landet auch oben auf dem Dach. Über dir. Die holen dich jetzt. Voll, das ist das Kappen. Ne, dann wäre Bedrohung 3. Drei. Drei. Dann sagen wir es TTT vielleicht doch gar nicht so schlecht. Dann muss wenigstens TTT machen, weil er immer tot ist. Wow. Wow. Da kommt das Geld drauf. Wieso COT, Katie? Ich dachte ich hätte die P90 noch ausgerüstet, aber aus Versehen. Und der ist jetzt auch dieser dumme Pisser. Aber ich habe immer noch nicht genug Geld. Ja, das wir lassen. Diese Zeit. Das geht mit den Scheiß zu LMG hier. Meine Frisse. Ah, wieder auf den Dach. Oder das ist auf Kajun. Das wäre die andere Option. Nö, der scheint oben zu sein. Der scheint oben zu sein. Ja, das ist ja. Der scheint oben zu sein. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Ja, das ist ja. Der kämpft bestimmt die Treppe ab. Mhm. Der kommt nur aus dem Auto. Oh, Pedro. Das ist fein. Du bist sicher. Du hast die feindlichen Verfolger ab. Ja. Ausgestiegen. Die sind ausgestiegen. Die wollen dich auch. Vielleicht wollte ich jetzt einfach den random. Die stürme jetzt das Haus. Die gehen jetzt hoch. Und tun den einen Kerl der da drin war weg. Ja, genau. Das ist jetzt mein Plan. Was? Ja. Predicted. Mein Plan hat funktioniert. Haben sie es denn weggeholt? Ja, achso. Hier ist es ein bisschen selten. Ich meine, da liegt auch einiges aus dem Auto. Das ist nicht so, dass wir hier können. Na, geht aber weg. Ha, sie sind einfach weggefallen? Ja. Sorry, Brudi. Oh, hinter mir. Wo war der denn? Kommt da? Weiß ich nicht. Der hat mich spoten. Der war dort in deine Richtung. Ich hab so richtig tot. Also auf dem Dach hinten sah. Hinten ist doch noch. Da breitet sich aus. Alter, was ist los mit dem? Problem ist, da ist halt noch geiles Zeug bei. Noch ein Versuch. Er rennt wieder hin. Ja. 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 Ich bin überzeugt von meiner Runde bisher. Ein mit der Raketenwerfer aus Versehen. Ich war auch voll überzeugt. Ich hab sogar bedrückt da. Weil ich dachte, okay, das sieht aus wie die P90 in diesem Moment. Aber das ist ja auch so ein bisschen, das, äh, das steht nur ab 0815 Visier da drauf. Ich dachte, die hätten wir wirklich so pinnen und sich erst gerne durch. Ach so, ok. Lass einfach den Heli nehmen und uns einfach von oben einfach rennen wir in den Roadkill. Ok, ich spring zum Fenster, also ziehe auf der... Oh, so, Schnappwild. Menon, ich habe sie mord. Oh, lauf, 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 Was ist hier los? Panik! Wie viele Team sind denn hier? Damit habe ich nicht gerechnet. In dem Haus, wo wir gerade waren, bin ich zurückgerannt. Da war da wieder Team. Ich habe einen gedowned, aber nicht gekillt. Oh, hinter mir! Nein! Drasron! Nein! Wir haben einen Herzschlagsensor. Auf einmal explodiert hier alles. Das ist richtig. Voll easy, ne? Ja. Jawoll, nice! Auf euren Tauch, wie süß! Da! Längst du da noch weiter vor? Ja, ich habe schon wieder Standbild in dem Moment, das Vollshot! Jawoll! Du hast Standbild, nice! Hatte ich auf! Direkt da! Lauf! Lauf! Du hast eine Sniper! Die Mauer! Ich weiß! Aber ich habe erst zwei Waffen für eine... M4! Standbild! Fick dich! Alter! Ich habe kein Gator-Aus. Du musst jetzt eh gleich weiter laufen. Nein, nein. Das Gas breitet sich aus. Was? 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 Was hat er denn? Was ist denn mal? Sehr gut. Oh, easy! Du musst ein gutes Stück laufen. Auf jeden Fall! Ich habe 8 Kills! Easy! Ich bin gerade tatsächlich am überlegen mit dem Heli, ne? Ja oder nein? Ich weiß es nicht. Na, dauert es ja dann. Vielleicht einer von rechts oder so bestimmt. Ich kriege noch! Nein! Ach schade! Ah, schönes Ding aber trotzdem! Ach komm! Efter, ey! Aber war eine gute Runde! 200 kaputt mehr, alles klar! Ja, ich habe irgendwie aus der See auf Zuschauen gemacht und dann bin ich aufs Spiel verlassen gegangen. Alles klar Leute! Das war eine wunderschöne Runde! Ich würde gerade sagen, es ist GO! Warzone! Bis zum nächsten Mal! Haus rein! Ciao! Ciao!